Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Wettervorhersage auf LeWetter. Dankeschön für's heute einschalten. Ich würde sagen, wir haben heute wieder einiges zu bereden. Ich hab's ja vorhin schon angekündigt. Wir gucken heute aber mal durch, was jetzt so die nächsten Tage anstehen könnte, beziehungsweise was so noch, ja bis zur Mitte des Monats ungefähr passieren könnte. Natürlich gibt's da aber auch Unsicherheiten. Wir gucken gleich rein. Jetzt erstmal kommen wir zur aktuellen Warnkarte vom Deutschen Wetterdienst. Und da haben wir einige Warnstufe 1 Warnungen jetzt aktuell. Wir haben aber keine Warnstufe 2 Warnungen oder auch keine 3 oder auch keine 4. Also natürlich nicht nur 4. Also ja, relativ alles ziemlich beruhigt. Aber wir haben trotzdem natürlich Windwarnungen hier oben im Norden. Da kann es natürlich leichte Windböen geben. Auch Schneefallwarnungen haben wir auch. Ein paar kleine hier unten dann am Alpenrand. Und dann haben wir noch ein paar Nebelwarnungen aktuell hier in Thüringen. Dann haben wir aber auch noch Frostwarnungen. Die gelten dann jetzt noch für größere Teile. Vor allem dann aber eher für die Südhälfte von Deutschland. Und dann haben wir noch Glättewarnungen. Und die gelten ungefähr für die gleichen Bereiche auch, wo wir ja die Frostwarnungen auch haben. Also da in diesen Gebieten aktuell Warnstufe 1. Wie gesagt, Warnstufe 1 ist aber die niedrigste Warnung, die herausgegeben werden kann. Ist also wirklich nichts, wo man sich jetzt irgendwie Gedanken drum machen müsste. Ich muss sagen, jetzt kommen wir aber auch einfach mal dazu. Und zwar zum europäischen Modell. Und da schauen wir einfach mal ein bisschen genauer rein. Und da muss ich einmal kurz die Szene hier wechseln. So. Und da sehen wir schon recht gut. Wir gucken jetzt erstmal hier beim Precipitation Type rein. Also bei der Niederschlagsart. Das blaue, was ihr hier seht, das ist Schnee. Das grüne, ungefähr grüne, ist Regen. Dann hier das, ja, orangene, sag ich mal, ist gefrierender Regen. Und dieses lila hier, das ist dann, ja, gemixt. Also sozusagen Schneeregen. Ganz simpel. So. Und jetzt kommen wir aber mal dazu. Denn wir haben einige Runden an Gebieten vor uns. Wo auf jeden Fall das Ganze etwas interessanter werden könnte. Und zwar haben wir hier mal ein sehr starkes Gebiet. Was dann so am 6. ankommen wird hier ungefähr. In der Nacht vom 5. auf den 6. Da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Das könnte auf jeden Fall auch ein bisschen stärker werden. Könnte natürlich dann gerade hier für zum Beispiel Niedersachsen. Dann ein wenig, ja, Schneeregen bringen natürlich. Vielleicht auch sogar Schnee. Natürlich in manchen Orten. Dann auch, äh, gefrierender Regen muss man natürlich auch mit rechnen. Wie gesagt, gefrierender Regen ist dafür verantwortlich, dass sich dann auf allem so ein kleiner, ja, Eisschirm bildet, sag ich mal. Da muss man dann natürlich besonders aufpassen, was dann Glätte angeht. Oder halt ja alles sowas in die Richtung, ne. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Das ist auf jeden Fall natürlich dann mit dem Gebiet hier möglich. Ich werde natürlich dann aber, sobald wir auch noch, ja, bessere Daten haben. Jetzt zum Beispiel vom Icon D2-Modell. Werde ich natürlich da auch nochmal genauer drauf eingehen. Und euch nochmal den Ablauf, ja, stündlich, Stunde für Stunde zeigen. Jetzt hier nur natürlich einmal gezeigt. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Wenn der Schnee hier schon ein bisschen vorher losgehen könnte oder sollte, dann kann es natürlich auch gut sein, dass wir einiges an Schnee dann auch nochmal hier, gerade so in der Osthälfte von Deutschland sehen können. Da kann es natürlich dann Schnee geben. Oder auch in höher gelegenen Gebieten. Da ist natürlich die Chance auch höher für Schnee. Ansonsten haben wir wahrscheinlich viel Schneeregen oder halt auch mal gefrierenden Regen dann hier in manchen Orten. Also auch das ist natürlich möglich. Aber das ist erst der erste, das erste Gebiet gewesen. Denn hier haben wir ein, meiner Meinung nach jetzt aktuell, was ich von dem erkenne, hier noch ein stärkeres Gebiet, was am 7. Jahr ankommen soll. Und das wird dann für große Teile von Deutschland wahrscheinlich Schnee bringen können. Vor allem dann eben wieder für die Südhälfte. Und sehr wahrscheinlich dann natürlich auch Schneeregen und in manchen Orten bestimmt auch wieder gefrierenden Regen. Und das wird dann wirklich einiges an, ja generell Regen und so weiter für uns bringen, auch für über längere Zeit. Das geht dann hier wahrscheinlich so vom 7., wo das Gebiet dann hier ankommt, bis zum, ja, 10. ungefähr so weiter. Natürlich wird der Regen oder der Niederschlag an sich dann deutlich schwächer mit der Zeit. Also ich denke nicht, dass wir hier mit großen, ja, starken Auswirkungen rechnen können, was jetzt zum Beispiel irgendwie jetzt, ja, wie da solche Schneemassen, wie jetzt zum Beispiel da vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, ja mittlerweile sogar schon im Süden, wo wir diesen heftigen Wintereinbruch hatten. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wenn das so kommen sollte, wie es jetzt hier aktuell berechnet wird, dann könnte das auf jeden Fall ein starker Wintereinbruch für große Teile von Deutschland werden. Und das wirklich mit Gebrüll, vor allem, weil es dann, wie gesagt, auch eine längere Zeit so bleiben wird. Und dann gerade in diesen ganzen Streifen hier, denke ich mal, können wir dann mit dem meisten, mit dem meisten, so, Schnee dann hier rechnen. Und vor allem, wenn das Gebiet dann hier in Deutschland ankommt, wird es natürlich auch nochmal ein bisschen am stärksten sein. Und da können wir dann auf jeden Fall auch mit starken Auswirkungen rechnen. Aber das ist natürlich noch lange nicht sicher. Auch da heile ich euch natürlich dann hier über die Zeit auf dem Laufenden. Und danach wird das Ganze wieder ein bisschen ruhiger. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen Schledern, vielleicht in der Nordhälfte. Und hier mal ein paar kleine Gebiete. Aber das war dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen das Stärkste für ein paar Tage zumindest. Also Sturmgebiet oder generell Gebiet 1, starkes Gebiet auch. Und dann auch das noch stärkere Gebiet, was danach noch hinterherkommt. Und danach wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger werden, was jetzt zumindest Wettergeschehnisse und Tiefdruckgebiete und so weiter angeht. Muss man auf jeden Fall sagen. Ich mache mir das hier mal ganz kurz raus fürs Thumbnail. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir auch nochmal beim Wind rein. Denn auch da kann natürlich was möglich sein. Da gucken wir aber mal ganz kurz durch jetzt hier. So, gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Hier ist das Gebiet Nummer 1. Das sehen wir auch schon gerade hier in der Nordhälfte oder generell an der Küste dann eben hier, also an der Nordsee, da wird dann natürlich auch stärkerer Wind möglich sein mit dem Gebiet. Aber auch bis nach Deutschland rein werden wir wahrscheinlich für ein paar Stunden zumindest etwas stärkere Windböen sehen können. Und dann hier kommt unser Gebiet hier in dem Bereich, also dann am 7. eben. Das wird natürlich dann gerade für die Südhälfte auch nochmal etwas stärkeren Wind bringen können. Wahrscheinlich dann aber auch nur hier für die Südhälfte. Ich halte es natürlich dann aber auch hier auf laufenden, wenn wir dann hier auch bessere und hochauflösendere Daten für das System haben. Danach könnte es dann auch nochmal vielleicht ein bisschen stärkeren Wind dann vor allem nochmal für die Nord- und Nordwesthälfte geben. Aber auch das ist natürlich noch lange nicht im Steigen gemeißelt. Auch da halte ich euch natürlich dann hier auf dem Laufenden. Danach haben wir nochmal ein paar kleine Gebiete. Aber auch das wird danach dann eher ein wenig ruhiger. Also ist bis jetzt auch dann nicht wirklich was Heftiges, bis auf eben diese zwei Gebiete. Also hier Nummer 1 und dann hier Nummer 2. Wie gesagt, ich halte euch dann aber hier natürlich die nächsten Tage täglich auf dem Laufenden darüber, was jetzt weiterhin noch passieren könnte. Jetzt würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz bei den 850 Millibar Height Temperature Anomalien rein. Und da können wir gucken, was wir eher so erwarten können. Also eher kühlere Temperaturen, eher kühlere Luftmassen oder eher wärmere Luftmassen. Und hier sehen wir schon, das Ganze wird dann natürlich etwas kühlere Luftmassen zu uns bringen. Und nach dem Gebiet, was dann hier als erstes reingekommen ist oder was dann hier reinkommen wird, wird im Vorhinein ein bisschen warme Luft sich aufbauen. Das wird natürlich von kühler Luft ein bisschen rausgedrückt werden. Und hier haben wir ja nochmal unser zweites Gebiet, was auch nochmal gerade in der vorderen Region dann natürlich wieder ein bisschen wärmere Temperaturen mit sich bringen wird. Und dahinter wieder kalte Luft. Also ein ganz kaltes System, was wir hier erwarten können, was im Winter halt so öfter auch auftreten kann. Und danach wird es dann wahrscheinlich auch eine längere Zeit ein bisschen kühler bleiben, wenn nicht sogar für eine sehr lange Zeit, bis es dann hier wieder ein bisschen wärmer werden könnte. Aber auch das ist natürlich noch lange nicht in Stein gemeißelt. Hier mit dem Gebiet auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebiet. Natürlich dann gerade anhand von der Grenze, wenn wir hier dann den Schnee haben, der hier runterkommen soll. Oder in dem Bereich hier. Und wenn wir hier diese Warmentemperaturen haben, dann heißt es natürlich auf der einen Seite, dass wir hier dann wahrscheinlich keinen Schnee sehen werden. Oder wenn dann eher wahrscheinlich sogar Regen. Und wahrscheinlich wird es in dem Gebiet hier auch gar nicht wirklich Niederschlag geben. Zumindest in der ersten Hälfte von dem Gebiet. Aber auch da halte ich euch natürlich dann hier auf dem Laufenden. Und jetzt gucken wir nochmal bei den 500 Millibar Heid Anomalien rein. Da ist natürlich auch nochmal ganz interessant, das Ganze hier anzugucken. Und da würde ich sagen, gehen wir aber auch nochmal ein bisschen weiter nach draußen. Und gehen hier einfach mal auf Europa. Und da können wir auch nochmal genauer reingucken. Denn hier haben wir aktuell eine warme, sehr warme Anomalie über dem Atlantik, die sich hier ausgebaut hat. Und hier kommen wir mal immer so kleine Gebiete rein. Hier wird sich dann auch eine sehr kühle Anomalie aufbauen. Und das wird dann eben das erste Gebiet hier sein, was dann auch nochmal eine kühlere Anomalie zu uns bringen wird. Dann eben diese kühle Luft, den Schneeregen teilweise auch. Und dann entwickelt sich hier nochmal ein zweites Gebiet. Und das wird dann auch diese Anomalie sein, die wir mit dem Bereich, was sich hier entwickelt hat, dann haben werden. Und die wird dann eben einmal volle Kanne auf Deutschland treffen. Und wird dann wahrscheinlich auch für große Teile von Europa eine lange Zeit hier stecken bleiben. Bedeutet, wir haben dann ein sehr interessantes Muster. Und zwar haben wir heiße Temperaturen, beziehungsweise eine warme, nicht heiße Temperaturen, um Gottes Willen. Aber eine warme, sehr starke, warme Anomalie, sehr stark ausgebildete Anomalie. Warme Anomalie hier dann über dem, ja über der Nordsee und so weiter. Beziehungsweise dieser Bereich, glaube ich, dann schon wieder der Atlantik müsste es sein, der Nordatlantik. Und dann haben wir aber auch hier über dem Mittelmeer oder generell über Europa dann hier diese kühle Anomalie. Und das wird dann natürlich für, ja, etwas längere Zeit natürlich einige Gebiete zu uns hier in dem Bereich bringen können, wenn das Ganze natürlich so kommen sollte. Natürlich dann aber auch mal so einen kleinen, ja, Wechsel vom Jetstream, was ja dafür sorgen auch wird, oder dafür sorgen wird, dass wir dann eben wahrscheinlich auch eine längere Zeit kein, ja, nicht so viel mit dem Wetter zu tun haben werden. Das könnte auf jeden Fall ein sehr interessantes, ja, Muster werden, was sich dann hier ausbaut. Aber auch da, wenn es natürlich dann Updates gibt, halte ich euch natürlich auch dann da hier auf Laufenden. Und danach wird sich ja so Anomalie dann wieder ein bisschen mehr so nach England und so weiter verschieben, oder generell auch Irland. Ja, wir haben wieder ein bisschen kühle Temperaturen hier in Deutschland. Aber auch das natürlich noch lange nicht in den Stein gemeißelt. Ich halte mich auf jeden Fall hier auf dem Laufenden. Aber das könnte auf jeden Fall schon sehr interessant werden, wenn das hier so kommen sollte. Und meine Cam ist wieder ausgefallen. Super, ich hoffe, die sieht jetzt nicht allzu lang aus. Ja, gut. Ich glaube, das wäre es dann an der Stelle auch soweit mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos mitnehmen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn in Zukunft keine neuen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da und drückt die Log an. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt da geschmeißelt, haut rein und ciao.